ARD Text im Auftrag des ZDF Ist doch schön blutig, aber Ich würde sagen Erstmal den Gang entlang Ja, da war gerade jemand Ja, da hinten ist einer So, erstmal in die Toilette rein So, was haben wir denn hier Oh, ein Wischmack Oh, keiner da Und hier, ein Toter Guckuck So, da So, was haben wir hier Und, keiner da So Mal gegenüber reingehen Okay Die müsste mal geputzt werden Also das ist ja sehr Sehr unruhig Sehr unruhig Sehr unruhig Und sehr blutig Ja, und die sind ganz viele Fliegen So Da liegt vielleicht etwas Auf dem Tisch liegt eine Batterie Guck mal auf dem Boden Man kann damit mit dem ganzen Blut Kann man hier seine Fußabdrücke hinterlassen Ja Ja, sieht da super aus Aber wir haben sehr kleine Füße, ja? Ja Könnten meine sein, ne? Meine sind es bestimmt nicht So, was haben wir denn hier? Security Ich glaube, hier müssen wir rein, ja? Genau Hier Okay, wir gehen mal da lang Hm Die Tür war zu, jetzt ist die Tür wieder offen Hm Ich bin jetzt im Flur Ah, gut, hier ist der Raum Dann geht es mal an die Drückeviereck, um den Haupteingang zu öffnen, okay? Okay Gibt es hier gar nichts zu verstecken? Ja, das habe ich gerade auch gelesen Oh, was kommt denn jetzt? Neues Ziel Oh, ne Geht die Treppe hinunter, oder? Ne, ab, ja Ab in den Keller Sozusagen Oder jetzt auf jeden Fall jemand im Keller Nicht für Tau Oh, oh Nein 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 Oh Ja Ja Ich bin ein Greifeton Nein 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 Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der da gegen die Tür geht Die Tür hämmer, oder? Toll So, nochmal Rein da Rein da? Ja Wo starbest du jetzt? Ja, okay Ja, wieder da drin Okay Ich muss jetzt warten bis der Typ reinkommt Ich habe mich versteckt vor Angst, wenn wir fragen Also, ich bleibe hier, ich gehe hier nicht mehr raus So, der Metzger Ist reingekommen Okay, jetzt geht er wieder raus Kann er mal die Tür zumachen? Hallo? Tür zu Jetzt guckt er noch Jetzt guckt er noch Jetzt guckt er noch Der ist immer noch da Kann er mal gehen? Okay Äh, warte noch kurz Hm Ich glaube ich bleib hier drin, ey Ich bin schon die ganze Zeit da drin bei uns Okay, ich gehe jetzt raus Warte bis du raus gehst Warte mal, ich gehe jetzt in die Hocke Kann ja sein, dass das dann mehr bringt Warte mal Das geht alles, oder? In die Hocke? Doch, doch, das geht Mit, äh Bin jetzt rausgegangen Der Typ ist auf jeden Fall wieder weg, oder? Warte mal Jetzt wirst du mal in den Keller gehen, okay Äh Lass uns mal in den Keller gehen Ich gehe jetzt mal zurück Okay Ich mache mir jetzt den Weg Nach unten Ah, das ist viel zu viel, ne, ey, ich glaube ich Ich bleib Das alles zu dunkel hier Ich gehe mal in den Keller, da ist es schön dunkel Okay, ich gehe jetzt die Treppen runter Ich gehe jetzt durch die Mauer durch Und auf der rechten Seite befinden sich ein Dokument Warte mal, hier ist es noch relativ hell Ich nehme kurz die Kamera wieder raus Was ist das dunkel, ey? Nee Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Bist du noch unten im Keller? Ja, da ist jemand in der Wand drin Bist du schon weitergegangen? Ja Nja Um die Ecke rum Hast du das Dokument mitgenommen vor uns? Ja Geht Ich gehe jetzt auch weiter Okay, weiß Es ist ja dunkel Meine Batterie Meine Batterie blinkt auch schon Ja Ich werde erstmal eine neue einlegen So, geh jetzt mal hier rein Wo gehst du rein? Ja, eine Tür Hier sind viele Türen Also Hier ist ein Generator auf jeden Fall Also eine Pumpe, halt Hab ich jetzt mal angemacht Hier ist eh kein Weg weiter Oder? Nee Eh wieder zurück Okay Mach ich auch einen Generator an Ah, da ist Da liegt eine Batterie Ach, super Hier drinnen in dem Raum? Ja, wo die Pumpe ist Auf dem Regal Nein Bei mir kommt irgendwas Bei mir auch Weg, 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 weg Nein Ich hab das auch nicht geschmeckt Nein Ich hab das auch nicht geschmeckt Mein Arm ist dran Ich bin jetzt wieder am Anfang sozusagen Bei dem Pumpenraum? Nee, noch ein bisschen weiter davor Okay, ich geh jetzt zum Pumpenraum Geh, äh, zum Wird die zum Zuerst mit Pumpe gehen Mach die an Und die dann, äh, in Deckung Ich kriege gerade eine vor Mischi geschlagen Jetzt hat er mich erwischt Okay Ich geh jetzt einfach hier rein und bleib hier drin, ey Das ist mir jetzt zu viel mehr Okay, nee Ich weiß ja auch gar nicht wann der kommt, ey Ich bin jetzt hier drin Der rennt die ganze Zeit da rum Schon bleibt merken Ich würde die zweite Pumpe anstellen Ich würde die zweite Pumpe anstellen Und dann... Ja, ja Ich bleib jetzt einfach hier drin, ey Ich bleib jetzt einfach hier drin, ey Da bin ich auch die ganze Zeit hier drin Da, der ist vor mir, ja Da ist er Okay Der haut irgendwo gegen Hier war keine Mieze Katze, sagt er Aha Also meine zwei sind gerade am Pumpe Ist er jetzt noch da, oder ist er weg? Hilfe! Er ist auf jeden Fall nicht weg Ja, wenn ich jetzt rausgehe Kommt er Das ist wirklich schön Ich höre ihn stampen Ich gehe jetzt einfach raus Nein! Ah, schon wieder Aber Ja! Ja Ah! Ja! Ich bin mir Ah! Na also Was ist denn? 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 Ich warte dir einfach fast! Warumasst ihr irgendwie denn die Zeit? Was ist denn drin? Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020